unholy glückwunsch erst mal zu 1020 abonnenten ja okay ich würde sagen wir legen los und was machst du gerade so oh hey ich schreibe nur gerade wieder so ein skript man wird so ein keck zerstören kennt man ja okay wusstest du unholy hättest tatsächlich 1000 abonnenten erreicht wir warte mal ganz kurz was steht denn da drauf lächle du kannst uns nicht okay ich verstehe es nicht wusstest du unholy hättest tatsächlich 1000 abonnenten erreicht wie hat der kerl das bitte hinbekommen ich meine es gibt einen kuchen baku und kuh die sind doch viel interessanter als der er hat einfach nicht alpha keller mit aufgezählt ich kann es mir auch echt nicht vorstellen dass den keck jemand schaut wer hat jetzt die 1000 abonnenten erreicht aber als ob das noch nicht genug werde gerade guten morgen zusammen kohle hat jetzt seine 1000 abonnenten erreicht im gegensatz zu einer rebecca wing hatte das auch die alle lässt noch nicht mal das video am spiel ich meine er macht es einfach auf das bild okay und damit ich das video jetzt noch auf zehn minuten bekommen rede ich etwas über die vorstellung meiner traumfrau ich hab jetzt nicht so die ansprüche aber es muss schlank 1 60 groß blauäugig es ist wieder montag das heißt es wird zeit für meintis montag und willkommen zu einem neuen video ich weiß ganz genau an hauli hat auch danach gefragt ob ich ihm nicht mal mein zimmer schicken kann da wo ich die die videos immer aufnehmen fangen wir auch direkt mit den jungen der fettesten mal ich bin auch mit dabei leute an hauli hat die 1000 abonnenten erreicht das hat er verdient nachdem er schon sonst gegen mich in der abnehmen challenge verloren hat ich glaube wir müssen noch cloud das kanal löschen alter letzter stream von kuhn tv genau das gewesen er geht einfach raus und dann kommt er zehn minuten später wieder und reaktet weiter dann geht er wieder raus und das lässt er uns einen seinen in seine reaction auf seinem ankart kanal drin so und man wartet und wartet und wartet und nach zehn jahren kommt er endlich mal wieder ne also so also so eine frechheit ist eine schande das ist wein das ist wein das habe ich gemacht was ist grün und sitzt auf dem klo ein kaktus kennt jedoch die guten alten hetzer die nur stumm fällt und keine kritik ausüben dann kennt ihr sicherlich auch an hauli mit seinen 1000 abonnenten hatte jetzt einfach ein hits video gegen mich veröffentlicht abonnenten sehr wichtig dafür gibt es auf jeden fall erst mal like ich glaube wirklich dass ich mir ist an und cloud imitiere ok kuhn tv sonnestau 120 ps sechs liter und lackiert spaghetti bolognese nintendo switch pro kontrolle zerrann kochfeld jo leute was geht zuerst mal was in eigener sache in letzter zeit etwas länger gebraucht da ich einfach viel privat um die ohren hatte wir planen den necks umzuziehen und da ich die hälfte meines lebens damit verschwende die supergeilen videos von unholy zu schauen komme ich halt einfach nicht dazu was anderes zu machen war ganz kurz aber das ist das stimmt aber nicht oder planen baku umzuziehen ich glaube nicht ne was hat das jetzt damit zu tun haben wir planen umzug war das jetzt irgendwie ein insider den ich schon nicht ganz verstanden habe ich will ja keinen beleidigen du fotze alter ist das unholy damit willkommen zurück zum wildesten kanal youtube deutschlands ich habe euch mal wieder so ein richtig nices thema der ein oder andere kennt ihn vielleicht unholy diese hat jetzt die 1000 abonnenten erreicht glückwunsch dazu auf jeden fall 70 quadratmeter herzlich gerade im prinzip selber glückwunsch gewünscht also ich hatte selber gelobt und glückwunsch ausgesprochen buchen ja wunderschön das laminat 160 liter fassungsvermögen zwilling ich bin jetzt live auf snitch und du guckt mit dabei zu na es ist wie er so ein video aber nur damit das glas wird niemand weiß sie auf dich ist doch verlassen wurde abonnieren sollt ihr fragt euch jetzt vielleicht was ist das für ein video wie ansage an unholy warum ich muss jetzt mal ein bisschen taktlos werden sonst platzt etwas in mir drin ich habe wut das video wird eine ganz persönliche vendetta vielleicht kennt ihr das ja ihr macht bei dem gewinnspiel von unholy's ultra geilen merch mit und dann gewinnt ja einfach nicht mann bin ich fett ich glaube unholy muss mich zudecken kommen weil ich gegen fucking dmb verloren habe und das beste daran meint die feiert das auch noch dass unholy hier so ein heads video nichtsdestotrotz muss ich einfach mal raushauen dass unholy ein absoluter ehrenbruder ist ohne ihn würde ich wahrscheinlich mit so schlechtem internet rumgurken dass ich meine webcam in einem vr ist fernseher beim stream setzen müsste um bandbreite zu sparen 2 kg karmett 40 liter kühles blondes weißwürste klubmarte wie gesagt ich habe da jetzt nicht zu große ansprüche er hat halt doch alles extra unterteilt in die ganze sektion wo er hier alpha kevin bekommt gutes internet davinci der last airbanner klar k fängt bei so dass auch zu viel für mich bin ich ehrlich damit möchte ich mich noch mal herzlich bei allen meinen abonnenten bedanken bedanken für die letzten eineinhalb jahre voller epischer zerstörungen langweiliger teils stimmverzerrter videos der gesamten next der kontroverse dem meinungsblogger bewährten format und so weiter es ist gerade einmal knapp zwei monate her dass ich die 500 abonnenten erreicht habe und jetzt sind wir schon über 1000 menschen ich bin euch meiner community absolut dankbar dass ihr mich das supportet und ich merke einfach dass ihr die beste community auf ganz youtube seid das merkt man vor allem durch unseren zusammenhalt obwohl diese community noch so klein ist ich hoffe auf jeden fall dass ihr ein großes gefallen an diesem abo special hat es wird übrigens wieder ein abonnenten stream geben und dort werden diesmal zwei sachen verlost es wird was ähnliches wie dieses kissen hier aber ohne euch zuckerspoilern zu wollen meiti kommt euch zudecken die ankündigung für den substream wird dann meiti feiern er hat es aber halt immer noch so ist er hat immer noch das kissen auf meinen social media kanälen veröffentlicht und wer hat es erstellt wer hat ihn kalt wer hat es erstellt instagram die glocke was auch immer mir scheißegal danke nochmal an alle leute die in meiner community sind bis zum nächsten mal euer anholi jo ok neues video ist eine gute idee muss einfach mal so sagen ich hätte vielleicht noch die ein oder andere wobei da bin ich eigentlich schon zu stark da bin ich immer gut da kann man nicht sagen kann man nicht sagen vielleicht hätte ich mal noch gesagt dass ich simplicissimus bin aber es wäre wieder über die strengel geschlagen das kann man natürlich nicht machen das ist wirklich gemein